In der Nacht vorgestern, auch gestern, habe ich mein Junges an den Abschluss. Hast du doch Kugeln. War auch eine Riesenfete. Haben mich mit ein paar Kumpels getroffen irgendwann und dann sind wir um die Häuser gezogen. Herr Gut, da hast du wahrscheinlich auch einiges getrunken. In der ganzen Menge, wir haben richtig gebechert. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann mit Kumpeln nach Hause gegangen. Da hat eine Striderin auf uns gewartet, die Nadja. Und wir haben uns alle wahnsinnig gut verstanden. Die Nadja ist dann noch mit auf dem Absader. Sie ist dann nicht nur bei einem Absader geblieben, natürlich. Ja, aber es wird sich für mich erstmal nicht so anders, als ob sie einen Anwalt bräuchten. Ja, bis jetzt noch nicht. Aber dann sind wir ein Trauzeug. Denn Jens und ich, wir haben uns im Doppelzimmer gelangt. Im Doppelzimmer gab es leider nicht mehr, deswegen haben wir zwar alles gezogen. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass die Nadja mit Richtung Hotel gelaufen ist. Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Danach habe ich einen kompletten Filmbriss. Ja, soweit so gut ist.